Ach, das ist ja verrückt. Schon die Hände sind verrückt. Warst du in deinem Leben ein sehr sportlicher Mensch? Nein, überhaupt nicht. Ausgesprochener Antisportler. Handball habe ich gespielt, das spiele ich heute noch. Fußball haben wir und Training dann. Bisschen Tennis und Joggen. Eislauf, Skilauf, auch Skispringen. Mehr oder weniger sämtliche Ballspiele. Handball, Fußball, Volleyball. Wie sieht es mit amerikanischen Sportart aus? Gar nichts. Oh Gott, das wäre also American Football oder so. Grauenvoll alles. Wir möchten jetzt nicht gerne zum Footballspieler. American Football? Ja. Oh Gott, na wunderbar. Dann geht es aber rund jetzt. Richtig rund. Hoffentlich nicht ins Tor. Amerikanisches Football geht ja ganz anders, glaube ich. Nee, ist nicht so mein Ding. Wir wollen in die virtuelle Realität. Freust du dich? Ja, tschüss. Ich komme nicht wieder. Ob mein Genick das mitmacht. Ich habe nämlich Probleme mit dem Halswirbel. Siehst du schon was? Ich sehe schon ein bisschen was. Bitte warten. Ja. Das können Sie immer am besten. Ach, das ist ja verrückt. Schon die Hände sind verrückt. Ja, die Hand ist jetzt da. Ich sehe meine Hände jetzt. Das finde ich schon mal super. Gut. Wo bist du? Du bist jetzt in sozusagen so einem Vorbereitungsraum. Und jetzt greif dir mal den American Football. Die Pflaume da, ja. Genau. Den greifst du dir jetzt mit einer Hand. Oh. Diese brutale Sportart. Oh, gut. Und den legst du jetzt auf dieses leuchtende, ovale Form. Hier. Drauflegen. Ja, genau. Ja, ich muss mich nur ein bisschen locker machen. Komm aber nicht in die Nähe, du. Ich muss auch erst mal gucken, wo meine Leute sind. Die blauen da. Jetzt muss ich den hinschmeißen jetzt. Oh. Was macht der? Loser. Ach so. Du musst drücken, dann kommt der Ball. Du musst drücken. Nee, nee, er zählt runter. 2, 1. Nein, nein, nein. Das ist die Spielzeit. Ach so. Macht mir das nicht so schwer hier. Hopp, und hier hast du ihn. Oh, der ist noch mittendrin abgeknickt. Wer damit. Ui, jetzt ist du es da. Was habe ich denn jetzt? Ist schon wieder Strafstoß? Den habe ich. Das ist gar nicht so einfach. Schau mich nicht so an. Grant dich. Gut, pass. Daneben. Daneben. Pech. Ah, shut up. Oh Gott. Jetzt verwarnt er mich. Gut, dass ihr den Tisch weggemacht habt hier. Das geht ja nicht. Zu late. Ach, da war er noch. Na, von dem, der gerade so weg ist. Aber der war, na gut. Höhö, macht er. Ah, das ist ja aufregend hier. Mit dir gleich den Zettel weg. Na komm. Ja klar, logisch. Also ich habe den Eindruck, ich laufe hier selber mit. Jetzt wird es bald. Wo war denn einer der frei ist? Hier, nimm du den nochmal. Nee. Der hier. Nee, der hat ihn nicht genommen. Muss ja komisch aussehen, wie ich mich hier bewege. Shut up. Get away. Jetzt hat er mich umgeschmissen. Hör, pass auf du Bursche. Also Fieslinge sind das. Oh, das war's wirklich schwer. Also das ist ganz gefährlich hier, Mann. Mein lieber Mann. Das ist, das geht mit einer Hand viel besser. Jawohl, so macht man das. Wir haben gewonnen. Nein, nein, nein. Nein? Du musst doch Touchdown machen. Aber jetzt, zack. Öh. Und jetzt ab, die Pflaube. Ha, ha. Eeeh. Ja, ja doch ein Touchdown. Mensch, ich bin ja schon schweißnass hier. Das Maskottchen rechts ist ja süß. Da rutsche ich aus dem Feld. Guck mal. Die Pille ist kaputt. So läuft das. Genauso ist es. Nur mach hin. Spiel ist vorbei. Habe ich gewonnen? Nein. Nein. Okay. You lost. Null. Ach. 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 Ich bin nicht im Raum hier drin. Du bist verrückt. Ja, ich wusste es nicht. Oh. Wo bin ich denn hier landet? Willkommen zurück. Ja. Wie war es auf dem Football-Feld? Also war ein ganz geiles Spiel. Alleine schon die Optik mit der Brille. Man denkt, das ist original im Stadion. Das war eigentlich sowieso wie so ein 3D-Film. Es ist eine andere Art der Spiele. Als Quarterback werde ich nicht eingestellt. Du bist weg irgendwie vom Fenster. Fühlt sich gar nicht mehr, als ob du in den Raum bist. Du bist plötzlich in einer ganz anderen Welt. Ein Senior als Quarterback, das wäre auch ein Novum gewesen. Das hatte ich so gemacht. Man kriegt sogar langsamer, sicher Temperatur. Man ist darauf gefasst, dass irgendwas passiert. Ist toll. Das war American Football. Das erste Mal gespielt. Einen Touchdown geschafft. Ich fand das Spiel supergeil. Wenn es euch auch gefallen hat oder wie es euch überhaupt gefällt oder ob ihr das auch schon mal gemacht habt, würde uns jetzt interessieren, wenn ihr uns das mal schreibt. Und ein Däumchen, ein Apo, eine Glocke und ihr seid eine coole Socke. Tschüss.